So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Parts Let's Play Pokémon Erkundung im Himmel. Ja, im letzten Part sind wir durch den Verwirrwalt durchgegangen, sind dabei sogar in den Geheimraum gekommen, haben fünf Luxusboxen angesammelt, sind dann fast zur Glitzerquette hingekommen, durch den Verwirrwalt durch, aber wir sind auf etwas reingefallen, auf eine Falle, und zwar vom Großmessialen Übelst, der anscheinend aber Knuddelhoff sein soll, mit seinen untergebenen den Gildenmitgliedern. Und wir haben gegen sie gekämpft und verloren, warum auch immer, ich kann es nicht verstehen. Warum haben wir verloren? Ich meine, ich hätte einen Beliebersam, ich hätte noch eine Sinebeere zur Not gehabt. Ich meine, hallo! Also ich verstehe es nicht ganz, habe ich die Beliebersam? Ne, habe ich nicht. Mehr wollte ich jetzt nicht mitnehmen, oder? So, große Apfel, Marenbeere, Sinebeere. Ne, Sinebeere habe ich noch, übrigens, wie man sieht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich nicht. Ich verstehe es nicht. Und die schönen Boxen. Ich habe jetzt noch drei Stück, die habe ich jetzt übrigens gelagert, zur Sicherheit mal. Zwei davon sind jetzt sechs, das ist doch scheiße. Das mag ich nicht, das stimmt, ich bin hier schon wieder traurig. Ich gehe jetzt rein und besiege euch, ich töte euch. Da fände ich einen Beliebersamen und der kommt nicht zum Einsatz. Oder, warte mal. Das glaube ich zwar nicht, aber, ne, nicht falsch. Team, Knupsi. Itemmeister. Das heißt, wäre er ausgeschaltet, würde er keine Items nutzen. Händen oder... Ah, ne, das item was erträgt. Ne, das ist was anderes. Egal. Ne, das war was Falsches. Egal. Er musste ja trotzdem nutzen können. Ich verstehe es nicht. Warum? Also, Leute, falls ihr das irgendwie in irgendeiner Form wisst, habt ihr irgendwas mitbekommen, war das kein Beliebersamen? Habe ich mich sowas von verguckt, dass es schon fast peinlich ist? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Ah, deswegen auch der Name verwirrwert. Jetzt bin ich mir im Klaren. Alles klar. Mann, Leute, das geht doch nicht. Das ist doch eine schöne Sinebeere. Kommt natürlich das gute Sonnflora mit Kugelsaat. Das ist doch gefährlicher als ein Knüddellow mit Pufferstatus. Alter, ich kann doch mal das Telefon aufhören zu klingeln. Das ist doch nervig. Ich kann nicht drangehen. Nein, ich kann nicht. So. Ich glaube, ihr hört es nicht, oder? Ist doch gut so. Es ist ja auch nicht in diesem Raum. Hier habe ich es abgeschaltet. So. Okay. Rückkehr. Und ein Safcon. Okay, ich glaube, jetzt hätte ich es vielleicht gehört. Hä? Ach so. Ah. Ich habe gerade gesehen, dass er kurz geblinkt bei Safcon und da war plötzlich der Pufferstatus weg, oder? Habt ihr es bemerkt? Das müsste seine Fähigkeit Expedermis gewesen sein, wenn er sie hat. Ich meine, das war so. Okay. Normalerweise ist es dafür da, alle Statusprobleme schneller zu heilen. Also sowas wie Schlaf und so. Aber eigentlich keinen Pufferstatus. Den gibt es auch normalerweise gar nicht. Also wurde diese Fähigkeit hier in Pokémon Mystery Dungeon erweitert. Wo ist die Treppe? Jeder Gummikrackplan. Kann man hier kaum sehen übrigens im Nebel. Also ich bin immer noch verwirrt. Ich bin verwirrt. Der Ort hier macht echt seinen Namen alle Ehre. Vielleicht schaffen wir jetzt diesen Part nochmal da hin und dass wir den Großmeister diesmal besiegen können. Ich meine, so schlecht war er mir gar nicht. Die Pokémon sind eigentlich schnell besiegt. Die brauchen nur einen Angriff. Aber wenn die so, naja, wenn die so raufhauen können, wie so ein Flora mit Kugelsaat, dann sehe ich ein bisschen schwarz. War das nicht gerade Flammenwurf? Haben wir dich halt nicht gerade mit einem Flammenwurf besiegt, was eine spezielle Attacke ist? Dann ist Finalschlag hier auch umgeändert worden. In einem normalen Pokémon-Spiel jetzt ist es so, dass Finalschlag nur ausgelöst wird. Ich bringe meinen Satz jetzt noch zu Ende. Wenn man von einer physischen Attacke besiegt wird. Von einer physischen Attacke. Flammenwurf ist keine physische Attacke. Und Nebel bringt deine Synthese auch nichts. Komm rüber jetzt. So, damit Flammenwurf sich um Chaterra kümmern kann. Nicht unbedingt mit Rauchwolke. Ach, jetzt hat... Na toll. Oh, die sind ganz gut. Roselia hat... Notdünger. Notdünger erhöht halt die Stärke, natürlich. Ich möchte eigentlich ungernes Ingebeere verschwenden. Muss ich aber jetzt. Ich möchte nämlich noch ungern... ...einen Beliebersamm verschwenden. Ah, Roselia übernimmt alles. Das ist ein bisschen blöd. Und ich wäre ja dafür, dass Flumsy und ich wechseln und du Hitzekoller machst, mein Freund. Wollen wir das so machen? Du hast noch genug KP. Dann kann Roselia auch nicht funktionieren. Lockduft. Ja, ist eine gute Idee. Toxin. Wie ich Toxin hasse. Komm schon. Komm. Endlich. Endlich. Natürlich nicht. So, Freunde. Das wird jetzt echt ernst. Flumsy hat noch 35 KP. Und... ... ...nimm toxischen Schaden. Das ist scheiße. Und das klingelt schon wieder als Telefon. Schnell zur Treppe. Ich glaube, da will mich wirklich jemanden anrufen. Irgendwer will mich da erreichen, auf jeden Fall. Der weiß, dass ich da bin und ich gehe nicht ran. Egal. Ich kann nicht. Jetzt verarsche ich die Person. Kannst ein Pokémon hier auftauchen. So langsam nervt eben mich so ein kleines, ganz kleines bisschen. Ja, ja, Lockduft. Ja, ich verstehe. Stirb. Willst du das jetzt nochmal machen? Ah, Großbrand. Okay. Jetzt tun die ganzen Starterfähigkeiten zum Einsatz, wenn die ganzen Starter hier total im KP stand. So, kannst du nicht im Auge... ...dich kannst du aber besiegt werden? Alter, nee. Ich hasse es. So, Flupsi, wie du schaffst das nicht? Hast du aber auch was anderes drauf jetzt gerade? Hast du? Du wirst damit doch wohl fertig werden. Warum setzt denn dann keine Feuerattacke ein? Boah, Leute, das ist was kompliziert. Ich glaube es nicht. Kreuzschere auch eine nette... ...nette Attacke. Sicht zu sein. Also, ganz ehrlich, das sind eigentlich einfache Pokémon, die rumlaufen auf einem ziemlich unteren Level. Aber die Techniken, Blättertanz, äh... ...Kugelsaat. Es ist die Hölle. So, warte mal. Was machen wir anders? Ich hoffe, du kannst keine Übereckerattacke. Und... ...schiss. Oder auch nicht. Sag mal. Okay. Oh Mann, ich hasse No-Dünger. Ich hasse es. Boah, meine Güte. Ich stelle mich jetzt gleich in die Ecke. Warte mal, wir machen das so. So. Stell ich mal auf Flammenwurf. Falls da ein Pokémon kommt, kann ich mich jetzt mal aufheilen. Ah, da kommen schon Griffe. Da kommen die Nächsten. So, ich heile mich mit B und A. Ja. Der, die Ursa, dich kenne ich doch. Hallo? Du warst mit dem Ursa-Ring unterwegs. Du müsstest eigentlich jetzt in der Glitzerquelle warten. So. Na, funktioniert doch ganz gut. Aber ich glaube, das reicht doch erstmal. Boah, meine Güte. Also, ich hätte jetzt sicher gedacht, dass es so schwer wird. Ich hätte gedacht, letzter Part würde eigentlich reichen jetzt. Um, ja, unsere Abschlussprüfung abzuschließen. Abschlussprüfung abschließen. Wo es sie mir wäre, nehme ich sofort mit. Uh, Leute. Also, ich bin ein bisschen angespannt. E14 war es, glaube ich. Also, E13 kann man noch hin hier im Verwirrwald. Aber E14 gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch die Glitzerquelle eigentlich. Gift-Pokémon. So. Mag ich nicht. Jetzt der Koller. Genau, wir brennen es. So. Dann. Chaos-Samen. Na gut. Ich wollte gerade sagen. Wie ich das denn überhaupt nicht mag. Mann. E8. Hallo Roselia. Ich mag Roselia überhaupt nicht. Und es klingelt schon wieder. Also langsam ist es nervig. Ich glaube, jetzt kommt noch jemand rein. Hat er eine Tür gehört irgendwie? Ich hoffe, jetzt geht auch jemand dran. Das wäre ganz gut. Ja, Gift, 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 Gift. Stirb! Kleines Knuffhenser. 15 Erfahrungspunkte. Also, Leute. Falls ihr irgendwie leveln wollt oder so. Macht das nicht hier. Das waren gerade zwei Poké, die ich aufgesammelt habe. Was ist das für ein Ort? Hier wird es auf eine andere Art. Oh, bitte besieg es schnell, bevor jetzt der Notlugger zum Einsatz kommt. Da habe ich keinen Bock drauf. Heizen. Na, das müssen wir noch schaffen. Bis dahin. Aber ob wir ihn besiegen können, glaube ich nicht. Da finde ich ja mehrere Parts auf. Gott sei Dank habe ich geplant. Natürlich werde ich trotzdem mal wieder angerufen. Seit dem letzten Part, wie ihr wisst. Und Tschüss. Chelterra. Pflanze, Boden. Reicht somit nicht aus. Hat noch eine gute Verteidigung. Synthese, 50. Ja, im Nebel sind es noch 10. In der Sonne sind es, glaube ich, 100 KP, was man damit heilen kann. Korrigiert mich, falls ich da irgendwie scheusch bin. Schlafsamen, auch gut. Naja, besser als Sichtsamen. So, hallo Teddy Ursa. Vier Schaden, bist du süß. Obwohl ich kaum größer bin als du eigentlich. Ich möchte mich gerne erwähnen können. Warpsamen, auch nicht schlecht eigentlich. Mag ich. Ich mag Warpsamen. Smogon. Smogon. Ja, ja, die sind... Hat zwei Schaden. Smogon sind ja resistent als Gift-Pokémon gegen Kampfattacken. Die, die es noch nicht wissen. Was mir mal so einfällt, wir können ja mal über ein Thema sprechen. Und zwar, okay, ist jetzt für euch ein paar Tage her. Ist für mich jetzt, äh, gestern, im Prinzip, der 11. Juni, wo die E3 stattfand. Und Informationen über die neuen Pokémon gegeben worden sind. Und über den neuen Typ. Typ Fee. Es ist beschlossen, es gibt den Typ Fee ab der 6. Generation. Und nicht nur für die Nara wird zum Typ Fee, sondern auch Gardevoir, Meryl und Pumelow werden zum Typ Fee. Das heißt, Pumelow normal, Fee, Meryl Wasserfee und Gardevoir Psycho-Fee. Das ist schon ganz klar. Man weiß auch, dass, ähm, Psycho gegen Drachen effektiv sind. Offiziell, ne, Psycho. Dass Fee gegen Drachen effektiv sind. Okay, schon E3, wir sind gleich durch. Ja, wir sind durch, meine ich. Und, wer weiß, für welche Dichtung. So, wollen wir da nochmal reinspringen, oder wie? Wir sind das letzte Mal in diese Grubenfalle gestürzt. Wir können weiterkommen, wenn wir vermeiden, dort hinunterzufallen. Es könnte dort allerdings noch andere Grubenfallen geben. Wir müssen sehr vorsichtig auftreten. Ah, okay, das kenne ich noch nicht. Oh, oh, oh. Wisst ihr, ich habe es noch nie geschafft, hier zu verlieren. Und dann passiert sowas. Uh, willkommen in der Welt der Dunkelheit. In unserer Höhle zu kommen, war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr raus. Wird euch darauf... Blablabla... Luffy. Das ist ja geil. Ich hätte nicht gewusst, dass Knullow auf uns da reinschubst. Aber war vielleicht zu erwarten. Ja, Leute. Auf ein neues, würde ich sagen. Eine Single-Beere, ein Beleber-Samen. Hm. Ich wollte Schüttel einsetzen, genau so war es. Diesmal funktioniert es mal wieder nicht. Flammwurfsdürttel-Gliedbunkel ausschalten. Sehr schön. Zusatz erstmal nur auf Rauchwolke. Ich hau mal wieder ab. Wehe, du kommst uns gleich wieder mit Kugelsaat. Das wird doof. Ah, okay. Jetzt sieht es so aus. Okay, sowas ähnliches kennen wir ja schon. Hitzekoller, bitteschön. Wenn schon, denn schon. So ein Flore muss ich eigentlich ausschalten. Aber Klaudera ist auch sehr, sehr stark. Obwohl ich jetzt auch für Schüttel wäre. Ja, diesmal funktioniert. Hitzekoller. Mach schön Schaden. Na gut. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Kein Daunreigen. Nein. Okay. Daunreigen ist glaube ich. Äh. Oh scheiße. Oh ja, ich habe Schüttel. Daunreigen ist eine Attacke, die Initiative senkt. Und das ist echt blöd in meiner Stelle. Geh nah. Trifft natürlich auch nicht. Ich muss jetzt erstmal. Hallo? So. Ach nee. Oh ja eh nicht. Ich merke mir nie. Siegengewehre. Auf dich mein Freund. Das ist jetzt konntag aktiv. Also hau mal gleich wieder zu. Bam. Sehr schön Krokilo ist weg. Plaudergei noch nicht. Das gefällt mir nicht. Hm. Gut trifft nicht. Das ist ganz gut. Mensch, 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 Mensch. So. Plaudergei. Gefährlich. Was machst du am besten, Flupsi? Wer für eine Drachenklaue eigentlich? Jetzt wo da ein Spezialgeriss so gesunken ist. Durchbruch. Ach Palimkir jetzt alles ab oder wie? Hm, natte Schallwelle. Nein, 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 nein. Ach Scheiße. Ich bin auf dem Schultschild-Status. Das ist gut. Das gefällt mir sehr. Man sieht warum. Ach Mensch, Mensch, Mensch. Trifft natürlich auch fünfmal. Das ist nicht verwirrt. Schultschild ist weg. Ich bin auch weg. Tschüss. Ach, du bist auch weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gesang, natürlich. Und? Boom. Oh, geil. Dann treffe ich nicht. Wie mache ich das jetzt? Flupsi ist in saugroße Gefahr. Vor allem, er schläft und sein Tempo ist unten. Ich bin mal wieder weg. Ich möchte diesmal treffen. Ehrlich. Das ist scheiße. Ach, natürlich. Dick, der kann ja auch Schaufler. Sag mal, gibt's das? Oder hast du Schwebe? Du hast doch keine Schwebe. Und das war's. Und tschüss. Damit ist der Part auch offiziell beendet, meine Lieben. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann, naja. Gieß mal was. Scheiße, aber was soll man machen? Das ging böse aus. Wir sehen uns dann im nächsten Partier. Bis dann. Und auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020